Machen Sie sich bereit für eine atemberaubende Wendung. Diese wird Sie überraschen und sprachlos machen, wenn es um den Spielertransfer geht. Wir werden Ihnen alle Details geben. Adler Träger, bevor wir fortfahren, wenn Sie Eintracht lieben, geben Sie dem Video einen Daumen hoch, um die nächsten Updates zu erhalten und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Was ist passiert mit dem Wechsel von Hugo Ikitike zu SGE? Lange Zeit galt er als heißer Nachfolger von Randal Kolumbani. Aber der Transfer des talentierten ein- und 20-jährigen Spielers in die Metropole am Main kam nicht zustande. Die Adler könnten jedoch kurz davor sein, einen neuen Versuch zu starten, besonders weil Ikitike sich offenbar von Paris Saint-Germain entfernt hat. Kurz vor dem Ende des Transferfensters einigten sich PSG und Eintracht Frankfurt auf den Megatransfer von Randal Kolumbani. Diese Lastminute-Vereinbarung verhinderte, dass der Bundesliga-Verein einen Ersatz für seinen Top-Stürmer verpflichten konnte. Lange Zeit wurde spekuliert, dass Hugo Ikitike Teil des Deals sein könnte. Laut Sky entschied sich Ikitike jedoch dagegen, in die Bundesliga zu wechseln, wo er eine Schlüsselrolle spielen sollte, da er auf ein lukrativeres Angebot aus der Premier League wartete. Aber wie sieht es jetzt aus? Wird Ikitike im Winter bei Eintracht Frankfurt funktionieren? Auch West Ham und Crystal Palace zeigten Interesse an dem Stürmer, aber die Zeit lief in der letzten Stunde des Transferfensters ab. Das Ergebnis? Ikitike steht jetzt auf der Liste des französischen Meisters PSG. Der Wettbewerb im Angriff ist einfach zu groß geworden. PSG hat ihn nicht einmal für die Champions League gemeldet. Trainer Louis-Henrique plant anscheinend nicht mit dem großen Stürmer, den PSG für 28,5 Millionen Euro vom Stade Reims verpflichtet hat. Daher soll Ikitike laut L'Equipe im Winter einen Wechsel erhalten. Der französische Verein drängte im Sommer auf den Verkauf, um die Anforderungen des Financial Fairplay zu erfüllen. Wird SGI also bald wieder nach Paris zurückkehren, um das junge Talent aus der U21-Nationalmannschaft für den Main zu führen, nachdem es ein halbes Jahr Verzögerung gab? Jetzt möchten wir wissen, was Sie von dieser Wendung im Fall Ikitike halten. Glauben Sie, dass er Eintracht Frankfurt im Winter verstärken wird? Ja oder nein? Zeigen Sie Ihre Unterstützung für unseren Verein, indem Sie dem Video einen Daumen nach oben geben und abonnieren Sie den Kanal, um alle wichtigen Updates zu erhalten. Bis zum nächsten Video!